Ja, ich glaube auch nicht so unbedingt. Also ich bin auch Atheist eher. Was meine eigene Entscheidung ist, weil... Religionsunterricht hat mich früher nie so wirklich interessiert. Das war zwar ganz interessant, was wir da gelesen haben, aber das war's dann auch. Lass mich doch einfach schlafen. Das gibt's doch gar nicht. Einfach mal weggekickt. Nein, komm her. Hallo. Hallo. Danke. Vielen Dank. Okay, gucken wir erstmal, ob das reicht. Die Schafe kriegen ein großes Gehege. Aber wer weiß, wie schiele Farfe noch dazukommen werden. Gut, viel Spaß. Bis gleich. Ich könnte hier auch einfach mal den hier machen. Verschwinde ich zwar Zaun, aber was soll's. Jo, ich brauch noch mehr. Das war mir aber irgendwie klar. Ach, Stöcke hätte ich gar keine mehr machen müssen. Egal. Mal gucken, ob das reicht. Davon eins. Haben wir zufälligerweise Weizen hier? Dann gehe ich mal eben mir meinen Weizen holen, um ein paar Schafe herzulocken. Guten Tag. Quatsch. Ich muss unbedingt die Kisten sortieren. Ich glaube, das wird der nächste Schritt sein. Das war vielleicht doof. Ach, Mann. Nein, Sitz! So. Das war vielleicht. Irgendwo hier waren doch zwei Schafe. Schaffi? Mäh, da. Rennt doch nicht weg. Komm, ich zeig dir ein schönes neues Zuhause. Ihr komm. Ihr komm. Putt, putt. Ihr komm. Du freust dich, nicht? Du freust dich. Ihr komm. Dauert nicht mehr lange. Wir sind fast da. Ihr komm. Ihr komm. Ihr komm hier rein. So ist gut. Da. Bitteschön. So. Jetzt kriegst du noch einen Freund. You've got a friend in me. Entschuldigung. So, vielleicht noch ein Schaf in einer anderen Farbe. Eventuell. Hallo? Sonst sind doch hier immer so viele Schafe. Wo seid ihr denn alle? crochet. waste 石, Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, komm. Du kriegst ein neues Zuhause. Fall nicht in die Höhle rein. Gut so. Ja, komm. Wir haben es fast geschafft. Na, komm. Super. Gehst du wohl zu? Bitteschön. Jetzt haben wir ein Babyschaf. Mäh. Das ist noch halb in der Erde verschwindet. Juhu. Unser erstes Babyschaf. Bitteschön. 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 So, jetzt schon wieder Was war das hier? Granit So, jetzt schon wieder So Ihr kommt mit, ihr kommt mit Du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit Ihr kommt mit Das war's Na, das war's doch noch nicht So Wow, das funktioniert mal auf Anhieb Ein Wunder Die behalte ich fürs Essen Der Apfel kann da noch rein So Jetzt kann ich auch ins Bett Dann sortieren wir weiter Nachdem ich gegessen habe Entschuldigung Äh, wie geht's denn weiter? Sammeln wir alles ein, was irgendwie steinig aussieht Wolle, ja, ist Wolle Wolle? Ja Okay Den Kisten können wir noch sortieren, müssen wir aber nicht Das weiß ich noch nicht So, aber Nein, nicht Obsidian Bruchstein Einen nehme ich immer mit Was können wir denn noch mitnehmen? Äh Es war dumm, aber Egal Ich muss ja mit der Sortierung klarkommen Niemand anderes Noch irgendwas? Vielleicht nicht so Und geht'd Rita Sie Sie